Hey Leute, das ist ganz höherem Willkommen bei WTN Germany. Das hätte Luisa niemals erwartet. Bei Make Love, Fake Love muss sie mit ansehen, wie ihr Freund Max Bornmann versucht, das Herz von Jelitz Cook, 29, und damit ein Preisgeld zu gewinnen. Dabei ging er sogar so weit, dass er ganz innig mit der Influencerin im Bett fummelte, obwohl der Hottie vorab mit seiner Freundin ausgemacht hatte, dass intime Berührungen tabu seien. Im Promiflash-Interview betonte Luisa nun nochmal, wie schockiert sie von den Szenen war. Im ersten Moment ist es mir kalt den Rücken heruntergelaufen. Ich konnte nicht glauben, dass er zu sowas in der Lage ist, stellte sie gegenüber Promiflash klar. Dass ihr Max so weit gehen und dann nicht einmal Reue für die Intimität mit Jelitz empfand, hatte. Und Like our Video und Share mit your Freund und Familie. Vielen Dank für die Videobeschreibung. Vielen Dank.